Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, unserem neuen Verkaufsobjekt in Rheinbach. Es handelt sich hier um einen Rhein-Bungalow, der vor etwa zehn Jahren kernsaniert wurde. Was bedeutet das für Sie? Die wichtigsten Gewerke, Dach, Fenster, Fassadendämmung, Heizung und Bäder sind komplett modernisiert. Das heißt, Sie müssen nur noch Renovierungsarbeiten leisten und dann können Sie diese Immobilie kurzfristig beziehen. Ich stehe gerade in dem offenen gestalteten Wohn-Esszimmer mit Zutritt zum ersten Terrasse und zum eigenen Gartenzugang. Über die Wiele gelangen wir in das geräumige Elternschlafzimmer, welches über eine eigene Terrasse und einen eigenen Gartenzugang verfügt. Insgesamt haben wir hier zwei Kinderzimmer, beide mit Teppichboden ausgestattet und zu einem ruhigen Fußweg hin ausgerichtet. Das Badezimmer ist ebenfalls ein Highlight. Es verfügt über eine Badewanne, einen Waschtisch und eine Dusche mit Regenschauerkopf. Und ein Gäste-WC ist selbstverständlich auch vorhanden. Eine Besonderheit haben wir hier noch. Im Keller befinden sich zwei wohnig ausgebaute Räume. Einmal ein Spieleparadies für Ihre Kinder und ein Rückzugsort für die Eltern. Und das schauen Sie sich jetzt mal allein an. Wenn Sie diese interessante Immobilie besichtigen wollen, rufen Sie uns einfach an. Weitere Informationen finden Sie immer zuerst auf unserer Webseite bei evd24immobilien.de und auf unseren bekannten Social Media Kanälen. Mein Name ist Martin Kausch von der Firma Schäfer Immobilien GmbH aus Rheinbach und ich freue mich auf unsere gemeinsame Besichtigung. Bis dann!